Musik Herzlich grüß Gott aus der Klosterkirche in Rockenburg. Mein Name ist Pater Stefan Kling, ich bin der Prior des Klosters und leite auch in Augsburg bei der Diözese das Amt für Kirchenmusik. Ich freue mich, dass ich auf unserer berühmten Rockenburger Orgel, der sogenannten Großen Rockenburgerin, Ihnen jetzt ein kleines Orgelstück spielen darf. Etwas barockes, heiteres zum Osterfest von Valentin Radgeber, dem ersten Satz des Konzertes in F-Dur. Musik 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 Amen. Amen.